weiter geht's mit dem kreuzerschutz ja das infektion hat so ein wort geschafft ihr hattet recht ihr hattet recht also wenn jemand scharfschützen oder eine ptw findet bitte melden ja ja Das war's für heute. der ist auf allem besuche das obere deck schade kannst du gar nicht anschließen ja ich hab's eigentlich direkt auf dem arm gezielt und trotzdem ich habe mir ja so im land oder kommt das dick ist gelaufen also nicht ich sondern veranstaltet ja ich habe ich habe Wir sind hier, neben uns. Wir bleiben zusammen. Das ist ein Hidens. Ich habe den Krieg. Rescute Team 4. Wir gehen zum Cargodeck. Danke. Wir kommen von hier. Team 4, du kannst du mich? Ja. Was ist passiert? Wir wissen nicht, wie die Infektion entdeckt. Aber wir müssen sie unter Kontrolle. Wo sind wir? Wir kommen aus dem Cargodeck. Wir versuchen es nach unten zu entfernen. Wir gehen! Gehen wir aus. Schau, schau! Schau. Zusammen! Dann pushen wir auf. Ja das ist Fahrschuhlmusik. Wir haben nicht Zeit dafür. Nimm sie! das ist ja so geil bisschen fetzige musik beim zombie schnetzeln ich hab die ganze fress geblutet ich guck dir jetzt mal an ich komme kann ja jemand mal eine granate runterwerfen scheide ja zu spät warte hier kommt ich bin ja ich nehme sie dir die tochter nein gibt ihr die nicht auch überhaupt haupt ach ich habe ein machine gewehr aber warum muss du musst noch viel lernen schmeckt das schon gibt der frau niemals die armen ruf doch ja und das soll schon was heißen ja warte ja 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 Halt mal ab von mir, dass ich heute jetzt desinfizieren. Auf jeden Fall, dass ich noch, bis ich desinfiziert bin. Zweite Tor schließen. Toll. Kannst du mal hier gehen? Ich schieße gerade auf Zombies. Ich schieße gerade auf. Ich schieße gerade auf. Rune shield! Keep shooting until nothing moves! I got the loud one! Cargo made secure! We're going to create a kill zone there! We have no idea! Hello! Hey, we have a job to do! Hey, we have a job to do! Oh Gott, I need to go to hell! Oh Gott, I need to go to hell! I need to go to hell! Ha 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 ha! No, I need to go to hell! I need to go to hell! Okay! I need to be more careful! Ich bin nicht nix. Ja, tue ich ja gerade. Dafür habe ich ja sehr gesucht. Was? Was? Oh Gott! Ja, aber auch sehr dünn. Da ist ein Panzerfaust, Mark Götter, aber... Ich kann hier nicht erscheinen. Ich kann hier nicht erscheinen. Hahahaha. Das ist ein Schicksal. Ich weiß es kühlen. Ich halte immer nach oben. Der Soldatschild ist einfach so ein Leben in der Ecke, ja? Warum gehen wir nicht einfach schwimmen und jagen das Schiff in die Luft? Es ist passiert. Pass drauf. Bisschen schon, das ist immer. Haha, ich denke nur praktisch und schnell. Wir haben das ganze Schiff versenken und dann haben wir einfach alle Zombies weg. Ja. Bye-bye. Scheiß Bulle! Geh mich auf! Hilfe wurde bei mir. Danke. Er wollte sich nicht messern lassen. Ja. Ja. Die hat er vor mir. Geil. Und? Ja. Das ist ja sehr sicher. Ja. 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 Der Schlaflinie. Ja. 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 Seine Verteidigung. Und? Ja. 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 Platz kannst du nicht mehr nehmen ich bin mal machen diese musik ja keine ahnung ich wollte ein bisschen rumspielen ich war neugierig ja das ist der rote knopf ja die rechnung die kriegte jetzt war die rechnung die kriegte ach ja das wird schuld hola kaputt ich fühlte mich gerade so ein bisschen in der Schuld ja ich hab die scheiße hier ausgebildet ja ich hab meine freunde gerufen tötet ihr ey ja passiert ja 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 Teebecken, Teebecken! Nein! Ja, was kommt hier an und guckt. Deine Ehre lässt nichts Anderen zu. Ich hab das eben beim Bullen aufzappeln lassen. Dann legt man das mal kurz auf die Seite. Was meint man hier, der Schädelbrump? Ich muss auch mal auf den Boden gehauen. Ich fahre jetzt schon schlechter auf, der hier ist die Hilfe gekommen. So. Keine Passagiere mir übrig, oder was? Ah, da kommt immer ne kleine Wille. Keine Passagiere mir übrig, oder was? Sie kommen in! Wir verlieren Platz. Bring them down. Bring them on! All units, stand clear of the fence. Hier kommt die Inbound. Nein! Nein! Danke schön! Im Mittelpunkt, Baby, im Mittelpunkt. Oh, da tust du die Heile. Ich könnte mal mit warten. Ich versuche das zu infizieren. Danke. Freude, wir können mal alles reden. Ach, das bisschen. Ach, das bisschen. Ach, das bisschen. Nein! Entschuldigung. Ich hatte auch gedacht, das schaffe es, aber ich wusste nicht, dass ich irgendwann mal doch gestorben bin. Ich darf eigentlich wieder... Ich weiß nicht. Ja, ich hatte einfach mal alles um mich auf mir. Ich brauche noch drei Gegner. Nein! Ich brauche drei Gegner. Nein! Level nicht beendet. Ich brauche noch drei Gegner. Nein! Oh Gott. Oh, mir fehlen jetzt drei fucking ET für Scharfschutz in Level 5. Das ist ein Problem. Oh Gott, wir werden jetzt hier verletzen. Ich bin jetzt hier auf dem Kartoffeln. My parents came back on the ship yesterday. Ihr habt das jetzt verletzt. Oah, ich war vorher schon Zombie. Oh, ich hätte gar nicht sterben können! Ich habe trotzdem gewonnen. ja wo ich gestorben ich hab so eine volle Runde ich hab so ein Messer an den ich hab so ein Messer an den aber ich fand das andere fast noch besser definitiv ja kleine kreuzfahrt dabei ist schon lecker